Oh Leute, herzlich willkommen zurück zu Splatter Blood Red Edition. Ja, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mir ist es aufgefallen, eigentlich auch schon beim Spiel in der letzten Folge. Und zwar hat das Spiel so ein bisschen Lichteffektprobleme gehabt. Ich habe einmal mal ein MTS-Limit rausgenommen, was ich jetzt hatte. Geht jetzt direkt los. Vielleicht mag das Spiel jetzt nicht. Okay, also das geht mächtig ab auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich switch jetzt aber mal gerade raus, weil ich mich interessiert. Wie sieht es denn energie-technisch aus? Oh shit, oh shit. Jawoll. Da macht sich der Schwierigkeitsgrad echt bemerkbar. Das haut rein. Das ist echt hart. Okay. Ja, Schrottflinte haben wir keine Muni, ne? Sag mal, wer soll das schaffen? Ich muss mir hier über jeden Schritt sich vorher Gedanken machen. Ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was wir schrubfen, Muni. Und dann wohl noch mal ein bisschen weiter mit. Aber jetzt wird's hier dann wohl schon direkt los. Krass. Krass Da muss man jetzt ziemlich krass in Bewegung bleiben Ob man hier verkackt wird Na gut Machbar ist es aber Spielt sich nicht schön Und jetzt habe ich da die Tonne nicht nutzen können Hätte ich mal ein bisschen einfacher machen können Aber viel dann halt auch wieder Mann, Mann, Mann Na, was ist denn da mit Profundtechnisch aus? Hier habe ich ein bisschen viel Pegel Achso Mein Gate ist raus Ja Warum auch immer Das sollte eigentlich nicht so sein Ich hoffe das versorgt mir jetzt nicht kompletten Sound Das ist jetzt unfaktisch Was hat sich geändert Was ich eigentlich nicht hätte ändern dürfen Irgendwas hat sich geändert Irgendwas hat sich geändert Ich vermute mal mein Kabel hat gewagt, ne? Kann das sein? Hat das gelitten? Hm Eigentlich ja nicht, ne? Das ist jetzt doof Das ist jetzt doof Ja, so kann ich jetzt schlecht arbeiten, ne? Also So Das ist jetzt echt unfaktisch Aber ich glaube, ich habe da eine Idee Was wir jetzt daran tun Dass die Vögel außen zu Hause sind Vielleicht mal eine Balkon-Tür schließen, ja? Tatsächlich Das ist ja hart Kann man mal sehen, wie empfindlich dieses Ansteck-Mikrofon ist Das ist wirklich gar nicht übel, ne? aber eben auch unpraktisch lasse ich das so erstmal stehen und hoffe, dass die Mikroqualität so in Ordnung ist weil ich musste meinen kompletten Rauschfilter nochmal neu anpassen die ich inzwischen auch angepasst habe, automatisch so und so tja, gut, weiter geht's die Technik Freakshow einfach mal live in dem Spielvideo mal abgezogen ich kann es das nur gerade nicht probieren, wie schnell das was? was? weiter geht's so, helfen die ganzen Spielereien hier? gut, dass ich die Spiele und die Mikrofonspuren gerade separat aufnehme, das kann ich gar nicht mehr Klasse kommt mir gerade so ansehen schön, die Hütte auf was ist das nur? es stinkt und was ist das fein Geräusch? ok neue Viecher? ziemlich fiese auch so, dass es auf diesem Schwierigkeitsgrad ist, ne? ordentlich einen verpasst war, ne? ordentlich einen verpasst war, ne? ordentlich einen verpasst war, ne? aber hier gibt's ja hell ach, verschrecklich, ne? wisst wie das ist echt ziemlich hart auf dem Schwierigkeitsgrad bin ja mal gespannt ob ich das schaffe das so durchzuspielen kann ein bisschen dauern, glaube ich ich vertrat ein Waffenladen als plötzlich dieser Mann zu voller Tür reinkam hey, keine Sorge ich wollte nur mir eine Waffe besorgen ich muss mich doch wehren können ja, lass mich jetzt zu ich könnte wohl auch fies sein, aber da hab ich nichts davon weil, ja, im Prinzip arbeitet er ja immer jetzt sogar mit mir zusammen ja, mach das Ganze doch angeheb auch so, ne? ja, mach das Ganze doch angeheb auch so, ne? ja, mach das Ganze doch angeheb auch so, ne? ein bisschen helft wäre schon länger zu gut noch ich bin schon gelitten hier schon wieder auf ja jetzt hallo und das なる ich habe es ja geahnt ich habe es schon da feig oh no, es ist auch gut Oh Mann, da ist noch eins. Oh, ich hab auch noch einen mitgegeben. Das ist schon eine andere Nummer auf diesen Schwierigkeitsgrad. Das hau doch ordentlich rein hier. Meistens ist das doch nur just for fun, ne? Nicht zu zerstören. So, die Viecher haben alles vor dem Weg. Oh, ich fache. Ich bringe nur so viel dann halt eigentlich auf. Ja, und ich mit meinem Hell voll am Ende. Shit. Das kann ja was werden. Wir laufen hier mal mit der Stromblende rein. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich hab verendet. Ja, wie lösen wir das dann? Ja, das kann ich nicht. Ja, das kann ich nicht. Vielleicht kommen wir von hier an doch. Ah, du Schande. Boah. Was? Ich glaub, dann endet das Let's Play quasi hier schon, weil es noch gar nicht machbar ist. Oder wie wird's? So, wir kleben und dann kriegen wir dich. Naja, vielleicht schaffen wir es dann in der nächsten Folge. So, ich glaub, das wird der Film, ja. Direkt tot. Boah. Ich muss irgendwo Hell finden, ne? Ich werd mich vielleicht auch fest speichern lassen, oder? Boah. 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 Hier gibt's ja leider gar nichts. Hm. Das ist unschön. Vielleicht gibt's noch... Spurtfilmen, die zuvor vererscheiden wie ich übersehen habe. Ja, könnte ja zumindest etwas helfen. Man muss hier offenbar ein bisschen taktischer vorgehen. Mit ein bisschen mehr streichern dann. Ich geh sofort drauf. Ja, an dieser Stelle hab ich jetzt erstmal keine Mist drin. Das heißt dann auch, ja. Probieren wir's wahrscheinlich nochmal in der nächsten Folge. Ansonsten, äh, verzichte ich auf diese Aronischapel. Bisschen weg, Leute. Macht's gut oder besser.